Boshy-Berg! Nein, der kommt! Ich hab doch gerade das Boshy-Berg bekommen! Nein! Man, Junge, Nose-Gensli... Oh nein! 6 HP, Leute! Digga! Nee, Mann, ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße, Digga! Ich ruf jetzt die Polizei, Digga! Leute, ihr wisst es ja inzwischen, ich liebe es, andere YouTuber und Streamer zu Stream-Snipen, weil ich einfach der beste Stream-Sniper in ganz Deutschland bin, Leute! Und in der heutigen Folge werdet ihr sehen, wie ich drei verschiedene YouTuber und Streamer gestream-Snappt habe und sogar den Loser-Dance ausgepackt habe! Vertraut mir, die sind einfach komplett ausgerastet! Und unter anderem war auch Simax mit dabei, den solltet ihr alle kennen! Lasst doch für ihr ein Like da und ein Abo, wenn ich öfter Stream-Snap-Videos raushauen soll, weil YouTube hat mir gesagt, dass viele von euch meine Videos schauen, aber einfach kein Like und ein Abo dalassen! Also schaut mal nach, ob ihr ein Like und ein Abo dagelassen habt, weil das wäre richtig, richtig traurig! Und jetzt holt euch was zu trinken und zu essen und gönnt euch die XXL-Folge! Let's go! Heute werden wir eine Stream-Snipe-Legende stream-Snapen! Ihr wisst schon, wen ich meine, Simax! Und er streamt gerade, ich weiß auch nicht, wie gut er ist, ob er viel Arena zockt oder nicht, ob ich überhaupt eine Chance habe, aber ich kriege das schon hin als Profi-Stream-Sniper! Er landet da hinten, habe ich gerade gesehen, Leute! Ich werde einfach hier davor landen, schnell looten und ihn dann richtig hopsen, dem vertraut mir! Lasst doch für ihren Like da und ein Abo und jetzt mal schauen, was er so sagt! Leute, nach langer Zeit mal wieder ein Stream! Ich bin extrem gehypt! Tut mir leid, dass ich so lange nicht mehr live war, aber wir versuchen direkt eine Solo-Win-Streak zu machen! Direkt Weltrekord, ich glaube, Solo-Win-Streak-Weltrekord liegt gerade bei 10 Wins in Chapter 4! Das sollten wir easy schaffen, deswegen lande ich auch so safe! Let's go! Habt ihr gehört, Leute? Er sagt irgendwas mit Win-Streak-Weltrekord! Digga, wenn er wüsste, dass ich in seiner Runde bin, dass ein Stream-Sniper am Start ist, dann würde er nicht so reden! Warte, der müsste doch hier irgendwo sein! Ah, da hinten fliegt der City! Let's go! Okay, wir sind in der gleichen Runde, ich loote jetzt erstmal! Und ich habe auch nicht irgendwie Gegner oder sowas gesehen, also hier müsste alles safe sein! Da hinten fliegt er, Leute! Er ist doch nicht mal gelandet, er sagt Win-Streak! Okay, ich habe gesehen, dort vorne ist auf jeden Fall ein Gegner, deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen! Am Ende kommt der uns noch pushen, aber let's go, nice! Wir haben erstmal eine Scar und Blue Life, das ist wichtig! Oh, er hat guten Loot, Leute, er hat guten Loot! Ich habe jetzt hier nur einen Biggie gefunden! Okay, Minis habe ich auch und eine lila, eine Farmers! Oh mein Gott, Alter! Ich wusste gar nicht, dass die drin ist, Leute! Ich gönne mir jetzt, glaube ich, einfach erstmal die Minis, den Biggie und dann könnte ich eigentlich mit dem Jump-Head direkt zu ihm! Aber ich lasse ihn noch ein bisschen looten, Leute, damit er überhaupt eine Chance hat, wisst ihr? Komm, bitte eine Pump! Oh mein Gott, ich habe nur eine Scar! Boah, dieses Shot-Schild kann uns eigentlich auch schon retten! Bin ich euch ehrlich? Okay, gut! Also, ich muss jetzt auf jeden Fall unten noch beim Boot looten und wenn dort keine Pump ist, dann war es das absolut! Okay, der Stream ist ein bisschen verzögert, Leute! Ich muss jetzt gucken, wo er hingeht! Aber, ah, er geht gerade zu so einem Boot! Okay, ich wusste gar nicht, dass es da so ein Boot gibt! Ich habe hier, glaube ich, alles gelootet! Ich habe nur ein Problem, Leute! Ich habe 30 Mets! Okay, ähm, ich sollte mich, glaube ich, ein bisschen besser vorbereiten! Weil ich will nicht hier irgendwie hops genommen werden von ihm! Egal, egal! Ich werde jetzt hier looten, der wird in meine Richtung kommen und dann werdet ihr schon sehen! Okay, nice! Ich habe endlich eine Pump-Schutz-Schild, falls der Gegner so richtig krass sein sollte! Oder wenn ich gelasert werde! Also, eigentlich ist der Loot ganz gut! Ja, er braucht ein Schutz-Schild, Leute! Er braucht ein Schutz-Schild! Weil, wenn ich komme hier mit meinem Benny-Boy, ihr wisst, No-Skin, was hat er für einen Skin? Oh, er hat den Travis-Scott-Skin! Okay, den habe ich ja auch, Leute! Aber den Renegade könnten wir später auch auspacken, glaube ich! Warte, der müsste doch... Oh, warte mal! Ist der nicht hier irgendwo? Jo, 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 ich muss aufpassen! Der ist doch hier irgendwo, oder nicht? Hä? Da unten ist er, da unten ist er! Warte, ich schieße ihn mal an! Ich mache ihm mal ein bisschen Angst, Leute! Warte, warte, warte! Oh mein Gott! Digga, ich habe instant einen Headshot bekommen! Das ist derjenige, wo ich meinte, der ist dort oben gelandet! Okay, wir müssen aufpassen mit Schutz-Schild! Eigentlich wollte ich dort mit Jump-Hit jetzt wegfliegen! Oh, guck mal, wie er läuft mit dem Schutz-Schild, Alter! Mit dem Schutz-Schild läuft er! Hä? Ich kann ihn halt gar nicht einschätzen, wie gut er ist! Warte mal, was macht er jetzt? Er will... Ah, er sagt gerade, er will mit dem Jump-Hit wegfliegen! Okay, ich bin hier auf jeden Fall safe! Er campt da auch gerade ein bisschen, glaube ich! Er campt! Soll ich ihn überraschen, Leute? Wartet mal! Ich gehe jetzt, glaube ich, nach oben zum Jump-Hit und überrasche ihn dann! Okay, der Gegner campt hier irgendwo! Ah, ich sehe Schritte! Hä? Wo ist das Jump-Hit hier? Ah, da ist das Jump-Hit! Okay, let's go! Lass mal Jump-Hit'n! Okay, da oben ist er, Leute! Da oben ist er! Warte, soll ich ihn lasern? Solche Lasern? Wartet, wartet! Ich traue mich nicht! Egal, ich mache jetzt einfach... Nein! Oh! Nein! Oh mein Gott! Okay, er hat mir nur einen Hit gegeben! Boah, er soll jetzt kommen! Komm, flieg hinterher, dann lasere ich ihn zurück! Oh nein, er will, dass ich fliege! Wisst ihr, genau das mache ich jetzt halt nicht, Leute! Das mache ich nicht! Ich denke, ich bin blöd! Der rastet auch nicht irgendwie aus! Also, ich hoffe, er rastet nachher aus, wenn ich ihn... Hopps, ich werde, glaube ich... Warte mal, habe ich den Loser-Dance ausgerüstet? Ja! Also, ich werde dann danach noch den Loser-Dance machen! Dann muss er auf jeden Fall ausrasten! Wo ist er? Oh, er schießt auf mich, er schießt auf mich! Wo ist er? Ah, da oben ist er, wartet! Junge, was hat der für Aim? Der trifft jeden Schuss! Digga, ich will Windstreak machen! Ich dachte, okay, Public sind die Gegner richtig easy! Mein ganzes Blue Life ist fast weg! Was ist das? Okay, Leute! Ihr merkt schon, er wird sauer! Er wird sauer, Leute! Das Problem ist jetzt, ich habe keinen Sturmgewehrschuss mehr! Ich habe nur noch eine MP! Soll ich ihn jetzt pushen mit einer MP? Da oben ist er! Ich nehme jetzt einfach das Jump-Head! Oh, eine zweite MP! Dann habe ich zwei MPs! Er schießt auf mich! Okay, ich gehe jetzt hier runter und gehe direkt aufs Jump-Head! Wartet, Leute! Ich muss da irgendwie hinkommen! Digga, hier kann man nicht bauen! Was ist das? Okay, ich gehe jetzt da hoch mit dem Jump-Head! Ich push ihn jetzt! Ich push ihn jetzt! Okay, komm! Endlich traut er sich, das Jump-Head zu benutzen! So, ich bin zwar, wie gesagt, nicht eingespielt! Aber ich werde ihn jetzt sowas von weglasern! Ey! Es hittet fast gar nichts! Digga, normalerweise... Ja, jetzt! Endlich! Oh nein, Leute! Oh nein! Ich bin so low! Ich muss mich kurz hier... No way! Okay, das wird sehr, sehr knapp! Ich muss mich jetzt übel anstrengen! Das Ding ist, er hat High-Ground und ich habe fast keine Mads! Was soll ich jetzt tun? Ey! Das kann nicht sein, dass es jetzt genau schief läuft! Warte mal! Er guckt halt auf mich! Ich werde jetzt einfach pushen! Komm, 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 komm! Nein, Junge! Digga, ich wollte eigentlich nicht fighten! Oh mein Gott! Nein, 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 nein! Ey, wie baut der nach oben, Digga? Okay, wartet! Kann ich ihn jetzt gleich lesern, wenn er schaut? Ey, Digga, er baut halt komplett... Oh nein, die macht fast kein Damage, Mann! Ich habe fast keine Moon mehr! Oh mein Gott! Digga, wie hat er mich gelasert? Oh mein Gott, Mann! Okay, mein ganzes Blue Life ist weg! Leute, ich baue ihn jetzt ab! Ich baue ihn ab! Das wird er nicht checken! Das wird er nicht checken! Das wird der Safe nicht checken, oder? Er ist hier unter mir! Er baut mich ab! Nein! Du 31er! Ich bin so One-Shot! Nein, 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 nein! Du holst mich nicht! Du machst meine Win-Streak nicht kaputt! So, wir müssen jetzt weglaufen, Leute! Mit dem Schild! Nein, 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 Leute! Ich muss ihn holen irgendwie! Wie soll ich ihn holen? Das geht nicht, das geht nicht! Dieses Schild, Mann, wann geht das weg? Warte, warte, ich muss nach hinten! Okay, es geht weg, es geht weg, es geht weg! Nein! 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 Digga, ich werde von irgendeinem anonymen Benny-Boy geholt, der dann Take-Dale macht! Schon wieder Stream-Sniper! Ich schwöre, ich stream einmal nach einem halben Jahr direkt Stream-Sniper! Aber wer landet dort auch? Wer chillt die ganze Zeit? Wer wartet, bis er mich dann pushen kann, um dann Take-Dale zu machen, auch noch anonym? Er weiß, dass ich Kontakte habe bei Epic Games! Oh mein Gott, Leute! Es hat funktioniert! Und er sagt irgendwas von Kontakte bei Epic Games! Wahrscheinlich, Leute! Ich glaube, er startet jetzt safe eine neue Runde! Wir liefen jetzt direkt und gehen direkt in die nächste Runde, Leute! Oh mein Gott, der wird noch so krank ausrasten, glaubt mir! So, Leute, ich glaube, wir müssten jetzt in der gleichen Runde wieder sein! Ich weiß nicht, warum ich jedes Mal in die gleiche Runde komme, Alter! Ich bin so gut, Leute! Das muss man ja richtig gut timen! Und er landet hier, glaub ich, oder? Warte mal, ich muss die Map öffnen! Ja, er landet da! Das heißt, ich muss irgendwo davor landen und looten, dann direkt auf ihn drauf! Und ihr seht schon, Marco-Gleiter, Renegade-Rader, schwarzes Ritterschild! Jetzt wird er sehen, Leute! Glaubst du, dass davor war ein Stream-Sniper? Zu 100 Prozent! Ich hab ja letztens meine Freundin gestream-snipet und ich bin jede Runde, also wirklich jede Runde bei ihr reingekommen! Man muss einfach innerhalb von einer halben Minute oder so gleichzeitig bereitrücken! Und es spielen so wenige Leute nur noch Fortnite im Vergleich zu früher, dass es immer nur eine Lobby gibt! Oh nein, Leute! Hier ist er, glaub ich, mit diesem lilanen Hänge-Gleiter! Ja, das ist er! Und hier landet auch jemand da, wo ich eigentlich landen wollte! Das ist so ein roter Skin! Oh no! Wo soll ich jetzt landen? Ich lande jetzt einfach hier unten an diesem Strand! Und ich hoffe, der andere pusht ihn jetzt nicht! Warte, jemand schießt auf mich! Das ist, glaub ich, er, Leute! Das ist er gewesen! No way! Das heißt, er weiß, dass ich hier bin! Okay, wir müssen uns schnell ausrüsten, Leute! Schnell, schnell, schnell! Okay, wir haben einen Biggie! Zwei Pumps! Oh, hier haben wir sogar so eine krasse Chest! Das heißt, oh, dieses Ex-Kaliber-Gewehr und eine taktische Pistole! Okay, Leute, Alter, ich bin so gut ausgerüstet! Let's go! Das war ein Renegade-Rader, den du gerade angeschossen hast! Niemals, Bruder! Als ob ein Renegade-Rader so lost landet, ganz am Ende irgendwo von der Map! Äh, ja, ich bin Renegade-Rader und ja, vielleicht bin ich auch lost, aber ich lande hier ja nur, weil ich dich stream-snipen will, so, weißt du, wie ich meine? Alter, Leute, der hat keine Ahnung! Der hat keine Ahnung! Vertraut mir einfach! Äh, ich hab kein Blue Life, nur 100 Leben, Mann, was soll ich denn jetzt machen? Leute, er weint, er weint, er weint, weil er kein Leben hat! Warte mal, er müsste doch irgendwo da hinten sein! Wie wär's, wenn ich mit ihm teame und ihm Splashies vorbeibringe? Warte mal, ich versuch mal, mit ihm zu teamen! Das müsste eigentlich klappen, weil ich ja den Renegade-Rader habe, der kennt den Skin wahrscheinlich ja safe und dann, der wird mich safe nicht anschießen! Oh, der schießt! Oh nein, oh nein, oh nein, ich will doch teamen! Äh, was macht der mit Spitzhacke? Digga, ist das Renegade-Rader-Spitzhacke sogar auch noch? Ey, das ist zu 100% ein Stream-Sniper! Warte, Bro! Oh mein Gott, jetzt hab ich auch noch Fallschaden bekommen! Warte, ich komm mal! Ey, wenn du... Ey, das ist sogar ein OG! Ey, aber ich warne dich! Wenn du mich einmal anschießen solltest, warst du es komplett! Nein, 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 nein! Okay, ich werd ihn auf jeden Fall nicht anschießen! Warte mal, ich dropp ihn einfach mal hier Splashies! Bam! So! Alter, was ein Ehrenmann! Er droppt einfach Splashies! Ich küsse doch dein Herz, Bro! Er gibt sogar Pump! Ja, klar! Ich bin ein netter Stream-Sniper! Also, für jetzt, Leute! Für jetzt bin ich nett! Aber wie mach ich das jetzt? Ich hau jetzt einfach ab und vielleicht verschont er mich jetzt die ganze Zeit und dann werde ich ihn so hops nehmen! Ich geh jetzt einfach weg, Leute! Hä, wie cool ist das denn? Renegade-Rader, komm! Gib mir einfach Splashies! Und dann geht er wieder! Bro, ich küsse doch dein Herz, wenn du in den Stream schaust! Bester Mann, Alter! Seht ihr, Leute? Ich Stream-Sniper ihn und er sagt sogar, ich bin der beste Mann! Wisst ihr, der hat keine Ahnung! So müsst ihr das machen! Ihr müsst euch tarnen, so als netter Stream-Sniper! Und dann macht ihr den 31er! Vertraut mir, das klappt immer, Leute! Okay, wie mach ich das jetzt am besten? Ich werd ihm jetzt den Weg abschneiden! Er läuft, warte, er läuft Richtung zu mir! Oh, da ist er! Guck mal, will er mir irgendwas zuwerfen? Was will er machen? Digga, er denkt jetzt wirklich, wir sind Freunde! Hier, Bro, du hast mir einen Splashie gegeben, dafür bekommst du Biggie, obwohl ich noch nicht mal volles Leben hab. Aber jetzt, ich weiß, du schaust den Stream, Bro, du darfst wirklich nicht mehr in meine Nähe kommen, weil am Ende irgendwie, ich werd gebannt, du wirst gebannt und du willst bestimmt nicht deinen Renegade Raider verlieren. Okay, da hat er wirklich recht und hier vorne ist irgendjemand mit nem Hammer. Das ist safe nicht er, weil ich seh ja sein Inventar, er hat nur ein Schild dabei. Ich glaube, hier ist irgendwo jemand mit nem Hammer, ich hab so Angst. Ja, da vorne, da vorne ist er! Der farmt da gerade Mats, okay, da muss ich hier weggehen, nicht, dass er unsere Schüsse hat. Okay, die Zone kommt, ich pushe ihn jetzt einfach, ich pushe ihn, bevor der andere Gegner kommt. Hier unten ist er, Leute, hier unten ist er. Oh, der haut ab, der geht zu dem Gegner, nein, 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 der ist bei dem Gegner in der Nähe und der pusht mich, der andere Gegner. Okay, okay, das darf jetzt nicht schieflaufen, ich bin jetzt in der Zone und ich hab keinen Greenheel. Vor mir ist der, ich muss ihn jetzt einfach lasern. Hier ist irgendjemand mit nem Hammer unterwegs, das ist gar nicht gut, wartet. Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Oh, Leute, hier neben mir ist er. Wartet, wartet, wartet. Nein! Ey, ich hab nur noch 50 AP. Digga, du 31er. Das ist der Renegade Raider! Du 31er! Wie kannst du nur, wie kannst du mir das nur antun? Ich dachte, wir sind Freunde, aber take the help! Ja, 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 Leute, er wieder mit seinem Schild, Alter, liebt er dieses Schild oder was? Was tue ich jetzt? Dieses Kackschild, er stirbt fast an der Zone. Let's go, ich muss einfach gar nichts mehr machen. Und 3, 2, 1 und... Man! Oh mein Gott! Oh, Junge, man! Immer diese scheiß Schwitzer! Hey, und dann fragen mich die Leute, wieso streamst du dich? Ja, wieso stream ich dich? Seht ihr das? Seht ihr das? Wieder anonym! Wieder! Anonym 753. Und dann bringt er sich auch noch selber um. Anonym 753. Nein, ich weiß ganz genau, wer das ist. Wenn ich mich nicht verlesen habe... Flex, ich weiß, du siehst es gerade hier. Hör auf mich zu Streamsnipe. Du willst nicht, dass ich ab jetzt dich immer Streamsnipe. Ich bin dein schlimmster Streamsnipe-Feind. Glaube mir, lass es lieber. Oh mein Gott, Leute, wir haben hier gestreamsnipe. Aber warte mal, was sagt der gerade? Okay, ich habe mich gerade mega gefreut. Der hat mir gerade, glaube ich, irgendwie eine Ansage gemacht. Ich habe es, glaube ich, verhört. Oder warte mal. Habe ich es richtig gehört? Warte mal, er wird mich immer Streamsnipe in Zukunft? Hä, woher weiß er überhaupt, dass ich es bin? Ich habe mich doch extra umbenannt. Okay, Leute, egal. Egal. Wir riskieren einfach, Leute. Wir riskieren, wir sind Profi-Streamsniper. Wir gehen direkt in die nächste Runde. Woher bist du dir so sicher, dass es Flex ist? Ich habe sein letztes Video gesehen, er hat sich umbenannt. Glaub mir, er ist zu 100%. Er macht auch zur Zeit wieder Streamsnipe-Videos. Habe ich gesehen, so. Und wenn er wieder sich trauen sollte. Er braucht es zum ersten Mal mit Benny Boy. Bin ich mir zu 100% sicher. Er soll einfach kommen und sich trauen. Ist hier irgendwo ein Renegade Raider? Ja, hier. Über mir ist es ein Renegade Raider. Müsste eigentlich. Oh nein, er sieht mich. Er sieht mich, glaube ich. Nein. Warum guckt er überhaupt nach oben? Ist er lost? Okay, ich glaube. Warte, wo ist er denn? Oh, er landet da bei dem Roten Haus. Hier landet einfach keiner. Oh mein Gott, ich lande jetzt einfach hier im blauen Haus. Hier sind so drei Häuser. Ist eigentlich voll die gute Location. Er ist da hinten, bei dem Roten Haus. Ich gehe jetzt hier ins Blaue. Okay, okay, okay. Das Ding ist, er sagt, ich soll mich nicht mehr trauen zu Streamsnipe. Er weiß aber jetzt safe, dass ich es bin. Egal, egal. Wir gucken einfach mal. Ich habe erst jetzt... Digga, ich habe nur eine Pistole. Ey, ich kann nicht bei meinem Spot landen, weil ich weiß, dass der Typ mich Streamsnipe. Und dann muss ich irgendwo bei einem anderen Haus landen und bekomme nur diese Waffen. Ich pushe ihn jetzt direkt. Das reicht. No, 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 no. Habe ich das... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, Leute, ich habe noch keine Pump. Ich habe nur eine Pistole. Er kommt mich, glaube ich, pushen, aber er weiß ja nicht, wo ich bin. Das ist das Gute. Okay, hier ist noch eine MP. Perfekt. MP und Pistole. Laser. Oha. Er checkt wahrscheinlich jetzt die ganzen Häuser hier ab. Er ist jetzt beim gelben Haus, sehe ich gerade. Soll ich ihn einfach direkt lasern? Ja, ich will nichts riskieren, Leute. Komm, komm. Okay, das gelbe Haus hat er anscheinend noch nicht gelootet. Mal sehen, wo er drin ist. Ah, ich sehe, dort vorne healt sich jemand. Gönnst du dir ein Heal-Stuff, Bro? Oh nein, oh nein. Er hat halt diese Sound-Effekte visualisieren an, genauso wie ich. Das heißt, er hat, glaube ich, gesehen, dass ich mich heale. Oh mein Gott, Militärarsenal. Oh mein Gott, jetzt habe ich diese Kampfschrotflinte. Und diese andere Waffe hier. Oh mein Gott, jetzt geht es ab, Leute. Ihr wisst, wie nice diese Pump ist. Oh mein Gott, oh mein Gott, das kam genau richtig jetzt. Wo ist er denn jetzt gerade? Der müsste hier... Oh, da ist er, da ist er. Er ist irgendwo dort hinten. Ich habe halt nur eine graue Tag. Ich muss aufpassen. Er wirft ein Shot-Shield. Okay, Bro. Wenn du das so machen willst, dann machen wir das so. Okay, okay, tanz, ja. Komm, tanz für mich. Tanz für mich, tanz für mich. Flakes, dass du dich überhaupt brauchst nicht zu streamen, nein, ehrlich, dass wir uns so mal gegenüberstehen, hätte ich niemals gedacht, ja, lauf, lauf weg, du Mädchen. Oh mein Gott, Leute, was war das gerade? Ich habe halt keine Bats. Passt auf, passt auf. Da ist er. Oh mein Gott, Junge. Ja, komm pushen, ja, komm pushen. Schau, wie lange du brauchst. Oh mein Gott. Oh nein, Leute. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ist da auch fast. Oh mein Gott, ich bin so low. Ich bin low. Ich kann mich nicht schielen. Warte, warte. Nein, 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 nein. Lexi, was machst du denn da? Oh mein Gott. Ey, wir spielen jetzt mit ihm. Er wird jetzt richtig auseinandergenommen. Ey, Leute, ich muss mir ein Mad Kid gönnen oder so. Die Papp ist ja irgendwie doch schlecht, Mann. Was macht die für Hits? Hier war doch irgendwo ein Mad Kid. Ah, hier ist ein Lagerfeuer. Oh, Fisch, Fisch, Fisch. Warm. So, kommt der jetzt gepusht? Digga, er hat mich verschont. Das war seine Chance, Leute. Egal, jetzt, komm, ich muss ihn jetzt lasern. Irgendwie, komm, wo ist er? Oh mein Gott. Ey, Flex, du bist schon so richtig ekliger. Ja, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, mach weiter. Mach weiter, komm. Ja, komm, mach weiter, mach weiter. Ja, keine Mads mehr, Digga. Oh nein, oh nein, oh nein. Das ist so krank spannend gerade. Ich muss ihn... Oh, er ist White. Komm schon, komm schon, komm schon. Den muss ich... Oh mein Gott, ich habe nur noch zwei HP. Ich habe ihn aber auch White 48er-Headshot gehittet. Komm, bitte, ich brauche irgendwie Bush-Heal-Perk. Bush-Heal-Perk, bitte, gönn mir doch Bush-Heal-Perk. Was ist das? Ich gebe mein ganzes Gold aus. Bush-Heal-Perk. Nein, er kommt. Ich habe doch gerade das Bush-Heal-Perk bekommen. Was ist das denn? Er hat... Oh mein Gott. Ich werde von Flakes geholt. Weiß der überhaupt, wie man Fortnite spielt? Oh nein. Ich habe keinen Bock mehr. Nee, nee, ich habe wirklich keinen Bock mehr. Ich blende jetzt den Stream. Oh mein Gott, Leute. Wie knapp war das, Mann? Ich habe es aber geschafft, Leute. Ich habe die Stream-Snipe-Legende hops genommen. Dafür müsst ihr unbedingt ein Like und ein Abo droppen. Und bitte geht nicht auf seinen Kanal, Leute. Bitte geht nicht auf seinen Kanal und sagt, dass ich das war. Er hat es ja vermutet. Aber er ist sich, glaube ich, nicht sicher. Deswegen geht nicht drüber und schreibt nichts in die Kommentare. Bitte, Leute. Ich bin gerade in einer Runde. Und nein, ich bin nicht alleine in einer Runde, sondern mit ganz vielen anderen Spielern. Und natürlich ist auch ein Streamer in dieser Runde. Und ich werde heute Stream-Snipen. Und ja, ihr wisst auch schon wen. Und ich muss jetzt ganz kurz gucken, wo er landet. Und wir werden ihn heute so sehr hops nehmen. Ich weiß nicht, was passiert, was wir machen werden. Okay, Freunde, ihr habt es euch ausgesucht. Und wir landen jetzt auf jeden Fall in Lonely Labs. Ich habe euch gerade gefragt. Ich vergesse natürlich nicht, diesen Stream zu liken. Und ich glaube, da landet man keiner, weil es ist das Ende der Map. Was ist, wenn du heute wieder... Also ich glaube nicht, dass ich heute wieder gestreamt werde. Nein, Leute, ich habe mich ja letztes Mal gerecht, Leute. Ja, ja. Sein Chat ist voll nett, Leute. Und das hat sich gerade auch gereimt. Die sagen schon zu ihm, was ist, wenn du heute wieder gestreamt wirst und so. Ihr seht schon, ich bin hier No-Skin. Und er hat gesagt, dass er hier irgendwo landet. Ist er irgendwo hier? Da hinten ist er. Ein Iconic-Skin, Leute. Und hier landen extrem viele andere Gegner. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Jetzt muss ich komplett schwitzen, dass er nicht von einem anderen gekillt wird, dass ich ihn kille. Oh nein, hier sind so viele Gegner. Ah, Leute, ich habe vergessen, euch zu sagen, ja, ich habe Iconic-Skin, weil ich meinen Main-Account wieder habe, also auf dem PC. Soweit sieht es so aus, dass hier noch keiner gelandet ist, Leute. Und ja, sonst werden wir einfach kein Schmerz fahren. Was labert der da? Hier ist keiner gelandet. Ist er irgendwie irgendwo anders? Da unten sind voll viele Gegner. Seht ihr das? Holy moly. Oh nein, hier kommt sogar einer. Nein, 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 nein. Er hört sich auch so gechillt an, Digga. Er denkt... Oh, wow, wow. Hab einen, hab einen. Let's go. Das war aber nicht er, glaube ich. Oh nein, Leute. Ich habe wieder Schüsse gehört. Ich habe gar keinen Bock, wenn das jetzt... Okay, wer jetzt das Gegner werden? Ich klebe easy, Leute. Ihr wisst Bescheid. Aber wenn das jetzt irgendwie wieder so ein Stream-Sniper ist, ne? Also, wirklich, mein Geduldsform platzt jetzt also richtig. Meine Mission ist jetzt hier, alle anderen Gegner zu killen. Los, los, los. Komm schon, komm schon, komm schon. Das muss ich hinbekommen. Ey, ihr seid ja so schlecht, Digga. Marshmallow, geh zurück in die Lobby, Mann. Was ist deine Mission, Digga? Okay, wir müssen alle anderen killen, damit wir dann Away-Night in einem Eins-gegen-Eins killen können. Er muss doch irgendwo hier sein. Er nimmt gerade, glaube ich, die Stadt ein. Ich sehe hier unten, da chillt er. Er nimmt die Stadt ein, Leute. Er nimmt die Stadt ein. Leute, guckt, hier ist keiner. Und ja, wenn jetzt hier einer wäre, dann hätte er mich gekillt. Ey, da hinten ist einer. Okay, Leute. Wir müssen... Wartet. Oh nein. Nein, 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 nein. Okay, wir müssen ihn killen. Wir müssen ihn killen. Oh, er fightet da unten gerade. Pass mal auf, was ich mache. Pass mal auf. Ey, was war das denn? Jetzt hallo. Digga, wo kommt das? Zack. Oh mein Gott. Ich bin der Beste, Leute. Es leckt hier ein bisschen, wie ihr seht. Aber sonst, Leute, ich habe ihn gekillt. Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin einfach der Beste. Oh nein, da unten ist noch ein Gegner. Digga, er ist nur am fighten. Warte mal, ich hit ihn mal an. Ey, Leute, wo kommt das jetzt? Digga. Ey. Das ist doch nicht in Ihren Ernst. Wo kommt das jetzt? Warte, ich muss erst mal... Oh mein Gott, es leckt. Es leckt, es leckt. Wir holen ihn aber. Zack. Zack. Oh mein Gott. Was für ein überall Gegner. Oh nein, oh nein. Er braucht, glaube ich, Hilfe. Da kommt noch ein Gegner. Hinter ihm kommt ein Gegner. Los, los, los. Den habe ich. Oh nein, der ist richtig gut. Der ist richtig gut. Der ist white, der ist white. Oh nein, oh nein. Der ist by away. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Oh, da unten ist noch ein Gegner. Er ist so low. Ich muss ihn holen, ich muss ihn holen. Hä, fightet der gerade? Leute. Warum dauert es so lange? Bis ich ihn holen. Komm schon. Ja, wir haben ihn. Let's go, endlich. Wir waren gerade irgendwie übertriebenes viele Gegner. Aber jetzt haben wir alle geholt. Also, wir müssen alle geholt haben. Ich würde sagen, wir müssen uns erstmal voll hier, Leute. Digga, wie knapp war das denn, Digga? Das kann nicht sein. Wartet mal. Er ist ja gerade mega low. Ich gehe jetzt einfach mal zu ihm. Und bringe ihm mal ein bisschen Loot. Und freunde mich mal mit ihm an. Mal gucken, ob er daraus gelernt hat, dass er nett zu No-Skin sein soll. Ich nehme mal hier eine Pump mit. Easy peasy. Ihr wisst ja, ich bin zwar ein Stream-Sniper. Aber manchmal will ich auch erstmal gucken, ob die nett sind. Er müsste hier in diesem Gebäude sein. Er hielt sich gerade. Guck mal, wie viel Loot hier ist, Digga. Ich nehme ihm da mal was mit, Mann. Ich bin doch hier ein netter Stream-Sniper. So perfekt. Komm, wir gehen jetzt mal zu ihm. Passt auf. Mal gucken, was er sagt. So, Leute. Okay, warte. Das sind Schritte. Von wo, von wo, von wo. Ey, das ist... Hä? Einen ausgehen? Warum glaubst du mir Sachen? Pässt dich an, Freunde, Leute? Ey, Leute, okay, dann würde ich einfach anfreunden. Eigentlich mag ich keine No-Skin. Aber, Leute, ich habe eine Idee. Falls er am Ende überlebt, was ich nicht denke... Oh, ey, beruhig dich. Falls er am Ende überlebt mit mir, was ich nicht denke, dass sie überlebt, dann werde ich ihn sowas von killen, Leute. Ich werde ihm natürlich nicht den Sieg schenken. Was hat er da gerade gesagt, Digga? Das ist nicht sein Ernst. Guck mal, wie er tut. Wenn er wüsste, dass ich ihn gerade höre über den Stream, dann würde er sowas nicht sagen. Er meinte, er will sich mit mir anfreunden. Aber am Ende killt er mich dann, weil er will mir den Epischen nicht schenken. Digga, wartet mal. Guck mal, er macht den Herz. Der ist doch los. Ja, du brauchst gar nicht sneaken. Ja, 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 sneaken, sneaken, sneaken. Ich hau jetzt ab, Leute. Ich werde ihn sowas von killen. Ich hau jetzt erst mal ab. So auf ganz entspannt. Und er denkt jetzt bestimmt, ich hole ihm Hilo oder so. Aber ich werde ihn jetzt einfach gleich killen. Passt auf. Oh mein Gott, er wird so ausrasten. Leute, seht ihr das? Ich habe drei von diesen Fläschchen, zwei Minuten. Ich habe nichts gegeben, weil er ganz genau weiß, er muss mir was geben. Falls ich irgendwie Leben verliere oder so, ist das unmöglich. Außer gerade, das zählt natürlich nicht. Aber Leute, wir warten jetzt erst mal auf. Oh, er wartet auf mich. Guck mal, wie er wartet. Ich werfe mal jetzt eine Granate, Leute. Oh nein, oh nein. Ey, von wo? Nein. Wow, ey, ey. Du, 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 du Kleiner. Ey, von wo kommt diese Granate? Nein, ey. Ich habe Leben verloren, Mann. Okay, dann komm jetzt her. Langsam habe ich keine Lust mehr. Nein. Alles Ernst. Was ist das denn? Immer wenn ich streamen, kommt irgend so ein Nose in meine Runde. Es reicht langsam. Oh nein, oh nein. Ich tue jetzt einfach so, als wäre ich das nicht gewesen. Wartet, ich muss sneaken. Ich gehe zu ihm, ich gehe zu ihm. Ich war das nicht. Bro, ich war das nicht. Hallo, ich bin nett. Das war ein anderer Gegner. Da ist er. Leute, ich schieße ihn jetzt einfach ab. Es reicht mir, Digga, was er gerade gesagt hat. Wartet, wartet, wartet. Er hat 100 HP. Ich sehe das ja gerade auf dem Bildschirm. Warte, ich droppe ihn als Ablenkung. Und jetzt eins, zwei, drei. Nose in Flex. Ey, nein, nein. Ey, Flex. Ist das dein Ernst? Der gerade hat mein Video gesehen oder was, Mann, wo ich ihn gestreamstellt habe. Ey, Digga. Es ist doch nicht so. Es macht keinen Spaß mehr. Er hat mich schon wieder gestreamst. Mann. Ey, nein. Leute, Leute, Leute. Kuba, ich mache jetzt ein nice Demote. Ich pupse ihn jetzt einfach an. Ganz easy peasy. Tut mir leid. Du stinkst, Bro. Du stinkst. Wow. Fällst du mich komplett auf den Arm nehmen? Was machst du da? Junge, dein Ernst? Okay, er rastet gerade komplett aus. Ich habe auch gerade gesehen, dass er gelieft ist. Ich würde sagen, wir gehen einfach in die nächste Runde. Und ich war auch gar nicht anonym. Ist mir aber egal. Aber jetzt in der nächsten Runde nehme ich auch den Iconic Skin und mache mich mal auf anonym, Alter. Es wird so nice. So, okay. Ich hoffe, jetzt ist hier kein Streamslam in der Runde. Leute, hier herzlich meinem Busfahrer bedankt. Ich hoffe, du bist kein Streamslam. Ah, nur drei, vier, eins. Jo, guck mal. Wir landen auf jeden Fall hier, Leute. Weil man muss immer am Ende landen. Und ja, also bisher sieht sich ein... Ja, niemand ist neben mir. Niemand ist vor mir, Leute. Das passt dann. Also ich glaube, da landet, glaube ich, keiner. Digga, er landet hier irgendwo. Ist er das? Oh, da landen richtig viele. Ich hoffe, das wird jetzt nicht so krass schwitzig wie gerade eben. Das ist er, glaube ich. Der mit dem blauen Hängegleiter. Wow, der hat schon wieder einen Exklusiv-Skin ausgepackt. Erst Iconic und jetzt so ein Intel-Skin, glaube ich. Ich bin mir gar nicht sicher. Holy moly, holy, holy. Okay, ich habe hier den Iconic-Skin. Jetzt bin ich mal er. Also wir haben sozusagen Rollen getauscht. Okay, da ist noch ein Gegner. Er landet direkt auf mir. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Wo ist er, wo ist er? Oh, da schießt auch schon Away Knight. Ich hoffe, der hat mich jetzt nicht gesehen. Da unten landet der. Okay, okay, das scheint ein Bot zu sein. Sehr, sehr gut. Okay, bei uns ist keiner, Leute. Perfekt, perfekt. Und, oh nein, da hinten ist einer. Oh nein, ich habe wieder... Ey, ich will einmal irgendwo landen, wo keiner landet. Weil der ganze Spot muss zu mir gehen. Hey, was labert der da? Was ihm gehört alles? Alter, ich bin der King-Stream-Sniper hier. Oh, da vorne ist er, da vorne läuft er. Okay, okay. Aber hier war doch irgendwo noch ein Gegner. Wartet mal, hier war doch gerade... Hier unten, hier unten. Den muss ich auch hopsen. Wo ist der? Nein, nein, da chillt der. Was tut der da? Digga, sein Ernst? Den können wir auch easy pickaxen, Mann. Easy, peasy, peasy. Let's go. Komm schon, komm schon. Let's go. Okay, das war ein bisschen knapp. Aber ihr seht schon, ich bin Profi. Das Problem ist jetzt, ich habe keine HP mehr. Nein, ich brauche irgendwas zu healen, bevor ich zu ihm gehe. Und ich sehe auch gerade, er hat ein Schild am Start. Leute, ja, ich habe gerade den Schild rausgeholt, weil sie blau passt. Meine Lieblingsfarbe ist zwar nicht blau, aber, Leute, einfach nur kurz zum Flex. Ich würde sagen, so wie zu Breakwater Bay, schreibst du mal in den Chat rein. Oh Mann, ich habe gerade nur zwei Minis gefunden. Okay, hier ist ein Lagerfeuer, perfekt. Ich weiß jetzt gerade nicht, läuft der zu der Stadt oder bleibt der hier? Ich weiß es nicht. Ich muss mich aber jetzt eh gerade voll healen. Let's go. Oh, Alter, das ist sehr, sehr nice. Okay, wir nehmen das Mad Kit, healen uns kurz hoch und dann gehen wir direkt zu ihm. Und Leute, falls ihr noch kein Like da gelassen habt, jetzt ein Like droppen und ein Abo für mehr Streetside-Videos. Okay, dann gehen wir eben nicht zu Breakwater Bay, was weiß ich, was das für ein Name ist. So, wir fahren mit Smets, Leute, und dann würde ich sagen, gebe ich hier die Truhe oder die Kisse, wie man das doch nennen mag. Oh, ich habe hier einen Adler gefunden, eine Drohne. Jetzt kann ich einfach abchecken, wo er ist. Das ist krass. Okay, ich werde mich jetzt einfach hier verstecken und mal gucken, wo er ist. Let's go, das wird nice, das wird nice. Ich fliege jetzt einfach. Wo ist der? Irgendwo muss ich hier doch... Oh, da vorne ist er. Ich fliege jetzt einfach mal hin. Warum ist hier ein Adler, Leute? Hä, ich habe gerade irgendeinen Adler sowohl bekommen. Ah, das stimmt, das ist ja diese neue Drohne da. Ich würde sagen, wir gehen direkt zum Adler hin und... Ähm, was war... Ey, Adler, bleib stehen, Junge. Oh, er sieht mich gerade, er sieht mich, da unten ist er. Da unten ist er, Digga. Was macht er? Macht er meinen Adler kaputt? Das ist doch nicht sein Ernst. Nein, 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 nein. Er hat den Adler kaputt gemacht, aber der ist da unten. Seht ihr, ich habe ihn jetzt gescannt und er kommt gerade hoch. Ich gehe jetzt einfach hier auf den Turm drauf. Let's go, Digga. Es läuft alles nach Plan. Und ich habe hier so einen Boom-Bogen und damit werde ich ihn gleich hops nehmen. Wo bist du, du kleiner Markierer, Alter? Markiert er mich einfach mit einer Drohne. Habe ich dir erlaubt? Wo ist er jetzt, Alter? Komm doch, guck mal. Er kommt nicht mal her, weil er weiß, ich bin einfach Pro-Player, Alter. Ja, ja, Pro-Player. Wo ist er, wo ist er? Da unten kommt der Glauben... Oh, Mann, Alter, nice, nice, nice. Ey, Junge, ist das alles dein Ernst? Komm mal her, Junge. Du bleibst jetzt ganz schön stehen. Wow, ey, warte. Er hat Iconic-Skin. Ey, warte, chill, 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 warte. Ich versuche mich mal mit ihm anzufreunden, weil ich bin ja sozusagen sein Bro. Ey, chill, chill. Guck mal, ich bin dein Bro, Bro. Er will sich mit mir anfreunden. Ey, wir machen ihm jetzt einfach Angst. Der wird abhauen. Der wird sowas von abhauen. Ey, ey, hör auf. Ey, bitte hör auf. Hör auf, hör auf mich anzuschießen. Er haut ab, er haut ab. Let's go. Oh, da schießt jemand anderes. Nein, 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 nein. Okay, den muss ich jetzt hops nehmen. Wartet, wartet, wartet. Den muss ich hops nehmen. Wartet. Oh, da hinten ist jemand. Das kann nicht sein. Warum muss immer jemand anderes kommen, wenn ich hier gerade am Stream-Snipe bin? Los. Ich muss ihn holen, ich muss ihn holen. Was will der Typ jetzt da hinten? Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Okay, ich muss ihn, glaube ich, direkt killen. Sonst macht er mir hier einen Strich durch die Reißschulung. Der wird direkt kommen. Okay, wo ist der Waynight? Wo ist der Waynight? Oh mein Gott, der hat mich gerade nicht gesehen. Ich habe extra einen Warnschuss abgeben. Mit mir legt sich keiner an. So, der war's. Komm doch. Ey, nein. Ey, es liegt. Mann, es hat geleckt. Warte, anonym treibt hier eins. Ey, das war doch der, der sich bei den Busfahrer bedankt hat. Ey, Digga, also wirklich. Was soll das, Mann? Diesmal bin ich anonym. Und ich bin ein Iconic-Skin. Hm, komisch. Kommt dir irgendwas komisch vor, Bro? Ich weiß es ja nicht. Mal gucken. Ich baue mich jetzt einfach mal ab hier. Easy peasy. Zack, zack, zack. Easy going. Mal gucken. Warum? Ey, das war ein Stream-Sapper. Warum klettert er sich dann da? Hä? Ohne Sinn. Und es war Iconic, Mann. Ich würde genau wissen, dass mein Lieblings-Skin Iconic ist. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Na klar ist es mein Ernst. Wenn man schlecht zu No-Skin ist, dann bin ich schlecht zu euch. So ist das. Karma, ihr wisst Bescheid. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn nochmal Stream-Snapen soll. Aber ich sehe gerade, er ist in der Lobby. Ach, komm. Ein drittes Mal kann ich es nochmal machen. Ich hoffe, ich komme in die gleiche Runde. Leute, okay, komm. Wir starten jetzt die letzte Runde. Oder halt noch eine. Kommt drauf an, ob wir jetzt gestreamst werden oder nicht. Wenn wir es werden, beendet ich den Stream. Nein, ich habe keine Lust mehr langsam. Er ist nicht verdient, dass es mal gestreamt hat. Okay, Leute. Neue Runde, neues Klick. Wenn jetzt noch einmal irgendein Stream-Snapen drin ist. Leute, das war safe wieder, Flex. Weil er war anonym einmal und einmal nicht. Also ich schwöre so. Wenn er das noch einmal macht, ne? Er ist safe hier irgendwo. Guck mal, Leute. Wenn ich jetzt da raufgehe. Du bist safe, so Holk, ne, Flex. Ich weiß ganz genau, du schaust gerade meinen Stream. Hä? Ich schaue doch nicht deinen Stream an. Was laberst du? Alter, wenn er wüsste. Okay, ich bin, glaube ich, wieder in seiner Runde, oder? Wartet. Und wisst ihr, was mir gerade auffällt? Hey, stimmt. Jetzt weiß ich auch, warum es lag die ganze Zeit. Ich musste ja am Anfang auf die Ozeanien-Server wechseln. Weil er spielt auf Ozeanien-Server. Damit keine Stream-Sniper ihn verfolgen können. Aber ich habe das rausgefunden. Und jetzt checke ich auch, warum es die ganze Zeit so lag, Mann. Alter, ich bin so schlau. Leute, Shatter-Slaps oder wie das heißt. Wie landet er jetzt? Wer hier landet? Jetzt haben wir nur verloren. Ich lande auch eigentlich normalerweise nicht. Aber jetzt einfach nur, dass ich nicht gestreamt werde, Leute. Ja, Shatter-Slaps. Genau, richtig. Da werde ich jetzt auch landen. Komisch. Zufälligerweise lande ich da auch. Ja. Und hier landen auch ganz viele andere. Okay, das ist nicht so gut. Aber, warte mal. Was hat er für einen Skin? Okay, er hat denselben wie vorher. Einen blauen Gleiter. Das ist der da vorne, oder? Da vorne. Das ist er. Das ist er. Okay. Wir haben mein Ziel analysiert. Seht ihr das? Da drinnen ist er. Okay, da müssen wir jetzt reingehen. Ey, wer landet denn hier, Alter? Ich sehe wieder Hängegleiter und Schüsse. Was ist das? Ey, nein. Oh mein Gott, Leute, die Wüste ist weg. Ich habe keine Metz. Oh nein, er wird angeschossen. Er muss da weg. Er muss da weg. Ich muss ihn doch holen. Komm schon, komm schon, komm schon. Er rennt die ganze Zeit weg. Nein, nein, nein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich habe hier richtig guten Loot. Ich muss ihn holen. Los. Hier ist einer. Oh, ich habe ihn. Let's go. Okay. Da unten wird er auch gerade von Gegnern geholt. Hier sind so viele Gegner. Er versteckt sich unter Wasser. Was tut er da? Wartet mal. Irgendwo hier unten ist er. Da ist er. Oh nein. Oh, der Gegner. Lass es mein Gegner los. Komm schon, komm schon. Ich habe ihn. Let's go. Und da ist er. Er haut ab. Ich habe ihm gerade geholfen. Ich werfe ihm jetzt einfach ein Mad Kid zu. Hey, Leute. Was ist da gerade? Hä? Was ist dir gerade im Wasser gefallen? Hä? Ähm. Ach so. Mad Kid? Warte mal. Werdes geworfen. Ähm. Okay, Leute. Oder vielleicht habe ich mir das einfach nur eingebildet. Ich hoffe schon. Und, äh, ja. Sonst ist hier, glaube ich, keine Demi. Das tun wir. Das sind noch Schüsse. Aber jetzt nicht über mir oder so. Digga, was redet er so viel? Er soll sich hielen, Mann. Digga, er ist so low und er redet hier eine Geschichte. Okay, er ist gerade am Stream. Und ich habe hier diese Drangball-Dinger gefunden. Die werde ich jetzt kaufen. Bam. Kamehameha. Los. Kann ich das kaufen oder nicht? Ja, ich habe es gekauft. Okay, das wird nice. Das wird nice. Jetzt werde ich richtig Kamehameha auf ihn machen. Hier sind halt so viele Gegner. Ich weiß nicht, wo er ist. Leute, jetzt werden wir sowas von rasieren. Da ist irgendein Gegner, da ist irgendein Gegner. Ich will es nicht auf alle auf einmal gehen. Aber, Leute, ich würde sagen, sollen wir uns dieses Kamehameha kaufen? Ich kann mich jetzt nicht so mit Drangball aus, Leute. Aber, Leute, falls ihr das wollt, kann ich es ja gerne kaufen. Hä, wie? Warum will er sich das jetzt auch kaufen? Ich bin doch hier der Drangball-Stream-Sniper. Und wo ist er jetzt? Ich check's nicht. Ich habe ihn verloren, Mann. Warte, ich muss den Stream gucken. Er ist irgendwo unten, irgendwo unten. Ich check's nicht, Mann. Hier sind so viele Gegner. Wo ist er denn hin? Okay, ähm, Leute, hier war gerade jemand. Wir holen den jetzt. Wir holen den jetzt. Ich rede nicht mehr so viel rum. Da sind die Automaten. Oh, oh, mein Gott. Nein, 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 Leute, da ist jemand. Da ist jemand. Also, eigentlich wollte ich den holen, aber, Leute, ich habe jetzt nicht die besten Waffen. Wird der sehr schwer. Ich auch immer zu, weil... Oh, mein Gott, nein. Oh, mein Gott, nein. Ey, lass es. Digga, es leckt. Es leckt. Oh, mein Gott. Digga. Oh, nein, er wird gefightet. Ich muss ihm helfen. Ich muss ihm sowas von helfen. Wo ist der? Wo ist der? Er ist da hinten. Nein, nein, nein. Ich muss ihm helfen. Ich muss ihn helfen. Los, los, los. Da unten ist er, ich habe ihn endlich gefunden. Was macht er da? Oh, der Arme tut mir so leid, Mann. So, Leute. Ey, ich habe kein... Was ist das denn hier? Das Lebens ist einfach halb... Nein. Ey, das ist ein NostalmAh. Was willst du Nostalmah? Geh weg. Wenn du mir irgendwas antuchst, ich werde dich sofort killen. Oh, nein, Leute. Ich muss es jetzt tun. Ich muss es jetzt tun. Genau in sein Gesicht. Los, 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 los. Ich muss es tun. Doch, 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 ich habe Hobbys. Meine Hobbys sind Streamsniper, man, checkst du das nicht? Ich bin ein Streamsniper, NoSkin, Dragonboy, Kami, Hami, H-Boy. Checkt ihr das? Ja, hier, noch einen habe ich. Ich zeige ihm, was Sache ist. Hier, das ist für dich. Tiger, er macht es den Sommer. Mann! Ich habe das Handy weggeschmissen. Ich kann das nicht mehr. Oh Mann, er rastet gerade komplett aus. Beendet er jetzt den Stream? Beendet er den Stream, Mann? Wir waren, glaube ich, erfolgreich. Das war es jetzt mit dem Stream. Ich werde, glaube ich, längere Zeit nicht mehr streamen. Und ja, tschau. Oh nein, ich habe es mal wieder geschafft. Jetzt heißt es, ich muss mich bei ihm, glaube ich, entschuldigen. Weil er wird, glaube ich, längere Zeit nicht streamen und ich muss ihn ja öfter Streamsniper. Deswegen muss ich mich entschuldigen, dass er wieder streamt und ich Streamsniper kann. Heute werde ich jemand neues Stream snipen. Und er erinnert mich sehr an Lumex. Es ist nicht Lumex, aber irgendwie erinnert mich das Ganze an früher. Er heißt Lexo, ist ein kleinerer Streamer. Ich habe ihn mal unten in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr mal abchecken. Und irgendwie verhält er sich wie Lumex. Also, er hat mich daran erinnert. Ist natürlich nicht Lumex, aber Leute, ihn werde ich jetzt Stream snipen. Vielleicht rastet er genauso aus wie Lumex. So, Leute, ich habe hier schon mal markiert. Wir werden einfach mal bei dieser kleinen Tankstelle so ein bisschen abgelegen landen. Ich hoffe natürlich, dass keine Streamsniper dabei sind, weil das wäre nicht nice. Und ich gucke mal, da kommt auf jeden Fall einer mit. Aber ich denke, der wird jetzt nicht so gefährlich für uns sein, Freunde. Ich bin nach langer Zeit auch mal wieder live, Digga. Auf jeden Fall richtig geil. Ähm, und nee, es sieht gut aus, Freunde. Okay, er landet wirklich da unten. Und er hat auch irgendwas von Streamsniper schon gelabert. Er hat ziemlich, ziemlich Angst. Aber mich wird halt interessieren, weil ich ihn halt nicht kenne, ob er gut im Bauen ist oder nicht. Ob ich aufpassen muss. Das Problem ist, da ist halt nur diese komische Tankstelle. Und er ist jetzt schon gelandet. Ich bin noch in der Luft. Ich muss, glaube ich, hier unten am Wasser landen, damit ich erst mal looten kann. Ja, genau, genau. Ist er da? Ah, ja, irgendwo da hinten ist er auf jeden Fall. Hoffe ich zumindest. Ich gehe jetzt einfach hier nach unten. Hier ist so ein Boot und so ein Schiff und mäßig. Und da werde ich jetzt erst mal looten, Leute. Äh, so, wir looten jetzt hier einmal ganz kurz. Oh, wir haben schon eine grüne Pump. Das ist sehr wichtig, Freunde. Ich bin zwar nicht der beste Spieler, aber ich denke, wir könnten hier heute auch mal den epischen holen, wenn keine Streamsniper dabei sind, Freunde. Ihr müsst mich da supporten. Ich würde sagen, ich gucke jetzt hier mal, was hier noch ist und ob hier Gegner sind. Let's go, Digga. Digga, wie viel redet der? Aber ich habe gesehen, der hat No-Skin am Start. Einfach No-Skin. Was für ein Ehrenmann. Man unterstützt ja No-Skins oder hat er das einfach nur zum Spaß? Er ist immer noch an der Tankstelle am Looten. Ich sehe hier zum Glück alles an meinem zweiten Bildschirm. Hier ist noch eine Truhe. Okay, jetzt habe ich ein Sturmgewehr, aber immer noch keine Pump. Aber ich werde die jetzt einfach mal da hochgehen und ihn beobachten. Ja, let's go. Äh, einer schreibt gerade in den Chat, warum spielst du No-Skin? Bruder, No-Skin-Army-Support ist da, Digga. Ich bin hier gerade auf meinem No-Skin-Account ein bisschen am Spielen, Digga. Ich farm jetzt einfach mal Metz. Also nur, falls deine Frage damit jetzt beantwortet ist. No-Skins, Digga, Ehrenmänner. Okay, warte mal. Bei mir ist das halt alles ein bisschen verzögert. Ich weiß nicht, ob er das so faket. Wisst ihr, was ich meine? So, ist er so ein getarnter No-Skin? Sagt er das nur so, um, keine Ahnung, so gut, so, ja, wie soll ich, wie soll ich sagen, dass er gut ankommt bei den Leuten? Aber irgendwie glaube ich ihm das. Oh ja, da vorne ist er, Leute. Da rennt er. Da rennt er, Leute. Ich hatte gerade irgendwie Angst, dass wir nicht in der gleichen Runde sind, Leute. Aber ich bin der beste Streamslip an der Welt. Ich muss ihn mal anschießen. Ich gehe jetzt mal auf die Tankstelle drauf und jetzt bekommt er einen Schuss von mir. Oh, hier ist sogar der Kiste, Mann. Er hat den nicht mal gelootet, so. Oh, Schild. Perfekt. Erst mal einen Biggie gönnen. Und dann schießen wir ihn an, Leute. Da vorne ist er. Äh, so, wir haben auf jeden Fall schon genug Mets gefarmt, Leute. Wir haben 256 Holz. Das ist sehr, sehr nice. Äh, ich würde mal sagen, ich ziehe mir mal den Biggie. Ich hoffe, ich werde jetzt... Digga. Digga, warte, hier ist ein Gegner. Warte, ich muss mich mal kurz einbauen, Digga. Ey, Junge, ich wollte nur mit dem Biggie ziehen. Warte, vielleicht kann ich das jetzt mal machen. Leute, ich muss schnell sein, Digga. Ey, Leute, er hat es nicht gecheckt, Mann. Wie lust ist er? Der hat sich da aber direkt so eingeboxt. Warte mal, ich weiß nicht, soll ich ihn einfach pushen, Leute? Ne, warte, ich gucke mal jetzt einfach, was er macht. So, wir gehen jetzt mal hier raus. Ey, ich schwöre, ne? Digga, es sind schon wieder Stream-Sniper dabei, Digga. Wahrscheinlich hittet er mich und hört dann auf zu schießen, Digga. Das kann nur ein Stream-Sniper sein, Junge. Digga, wo ist der, Leute? Ich werde den jetzt sowas von umbringen, ne? Oh nein, oh nein, er fängt an auszurasten. Sieht er mich hier? Ich weiß es gar nicht. Der sieht mich, glaube ich, nicht hier. Oder ich bin gut getarnt. Ich weiß nicht, mein Köpfchen sieht man, glaube ich, noch. Ne, der checkt sich. Warte mal, ich schieße ihn an, ich schieße ihn an, ich schieße ihn an. Von wo kam das, Digga? Oh mein Gott. Leute, ich finde ihn nicht, ne? Digga, ich finde ihn nicht. Ich finde diesen Gegner nicht. Kam das von der Tankstelle hier, Digga? Nö, ne? Leute, ich bin richtig sneaky. Der läuft hier unten einfach rum. Der checkt gar nichts, weil die Zone kommt auch gleich. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach drauf, Leute. Ich gehe jetzt einfach drauf und dann rastet er, glaube ich, komplett aus. Vertraut mir einfach, er wird ausrasten. Ich mache den Loser-Nads einfach. Digga, ich finde den Gegner nicht, Leute. Chat, schreibt mir in den Chat, wo ist der Gegner? Digga, wo ist dieser Gegner? Ich bin kurz davor, hier mit dem Motorrad einfach wegzufahren. Ähm, ist er auf der Tankstelle? Nein, Digga. Der hätte uns ja schon längst angeschossen. Digga. Oh nein, oh nein, oh nein, der hat mich fast. Ich habe 36 HP. Digga, hat gar nichts gecheckt. Digga, wie gut. Was für ein Aim hat der? Digga, ich muss mich kurz healen. Zwei Fischis. Oh mein Gott, wie knapp war das denn, Leute? Okay, jetzt werde ich ihn... Jetzt, jetzt, jetzt reicht es mir, jetzt reicht es mir. Und? Digga! Digga, anonym 282. Bruder, hab doch wenigstens die Eier, Bruder. Und stell dich auf öffentlich, dass ich deinen Namen sehen kann, Bro. Was machst du denn? Digga, er macht den Loser denn. Digga, ich habe da schon wieder gar keinen Bock drauf zu streamen, Alter. Nur Stream-Sniper. Bro, ich stream nach so langer Zeit und dann nur Stream-Sniper, Digga. Nee, ehrlich. Ähm, ja, das hast du davon, Bro. Ähm, ich weiß, du hast zwar nichts gemacht, aber ich habe ihn einfach trotzdem gestreamsnappt, Leute. Verratet mich nicht bei ihm, Leute. Er geht, glaube ich, jetzt direkt in der nächste Runde. Ähm, ich lief jetzt einfach zack, zack. Ich lief jetzt hier direkt und ich versuche direkt in die nächste Runde reinzukommen. Leute, wir sind jetzt in der zweiten Runde. Ich schwöre, wenn du in meiner Runde bist, der von eben, der Stream-Sniper, komm hier unten hin. Ich habe markiert, Bruder. Du siehst, wo wir markiert haben, Digga. Ich habe eine 50.000-Euro-Tastatur. Du kannst mir gar nichts. Nee, ich bin der beste Fortnite-Spieler der Welt. Also, wenn du hier kommst, dann bist du tot, Bruder. Was labert der? Da hat er gerade mit mir geredet? Hat er mich gerade gemeint? Mal abgesehen davon, dass er gerade gesagt hat, ich soll da hinkommen. Ich komme da ja sowieso hin. Ich müsste, glaube ich, in der gleichen Runde sein. Ja, er hat gesagt, dass er hier unten, glaube ich, landet. Warum landet er so außerhalb, Alter? Ist das schlecht? Und was hat er gesagt? 50.000-Euro-Tastatur? Habe ich das richtig verstanden oder meint er 5 Euro? Also, irgendwas checke ich da gerade nicht. So, Leute, ich bin hier auf dem Weg, Digga. Und ich sehe bis jetzt noch keinen Gegner. Wobei, doch, ich sehe jemanden, Digga. Ey, da hat man schon wieder gar keinen Bock drauf. Ja, ist auch gut, dass er keinen Bock hat, Leute. Der muss, der hat mich doch gerade... Warte mal, ist der hier irgendwo? Das ist er, glaube ich. Der ist direkt neben mir. Let's go, Leute. Okay, dann werde ich jetzt auf dem Haus landen. Vielleicht wird er ja die Stadt einnehmen. Das Problem ist, dann scannt er mich. Und wenn er mich dann sieht, durch die Wände, mache ich den Loser-Dance. Das wäre ein geiler Plan. Okay, das mache ich so, das mache ich so. Ich lande jetzt direkt hier oben drauf. So, Freunde, ich würde sagen, wir nehmen das jetzt hier einfach mal ein. Easy, let's go. Zack, dann müssen wir hier kurz warten auf Save, Freunde. Weil das ist sehr, sehr wichtig. Und einer schreibt hier gerade rein, bist du Lumex, dein Bruder? Oh, ich habe mit Lumex nichts zu tun. Was laberst du? Nein, natürlich bin ich nicht Lumex, dein Bruder. Ähm, so. Oh nein, hier ist ein Gegner gelandet, Leute. Ich glaube, das ist nicht er. Er nimmt gerade die Stadt ein. Ich muss den Gegner hops nehmen. Da ist er, da ist er. Ich hole ihn, ich hole ihn, ich hole ihn. Let's go. Easy peasy, lemon squeezy. Ich bin der beste Stream-Sniper. Ich kümmere mich um ihn und um die ganzen Gegner hier. Niemand ist sicher vor mir. Und irgendwas, hat er gerade gesagt, dass der Lumex dein Bruder ist? Oder habe ich das falsch verstanden? Ich habe irgendwas falsch verstanden, glaube ich. Hä, fightet der gerade? Leute, da war gerade eben auch ein Gegner. Wir haben das jetzt hier auf jeden Fall eingenommen. Ich habe gerade eben mal den Gegner geholt. Und ich finde es richtig geil, dass kein Stream-Sniper ist. Ich glaube, er traut sich einfach nicht mehr gegen meine 50.000-Euro-Tastatur, Freunde. Und, äh, easy, let's go. Wir haben ja einfach eine Pump, Digga. Geil. Leute, ich mache gerade den Loser-Dance. Der müsste mich jetzt durch der Wand sehen, durch die Wand hier oben. Der müsste mich, glaube ich, sehen, oder nicht? Leute, da oben ist einfach ein... Digga, der macht einen Loser-Dance. Ey, nein. Nein. Der Typ von eben hat auch einen Loser-Dance gemacht. Das ist derselbe. Leute, den holen wir jetzt. Den holen wir jetzt, Bruder. Komm, fight. Wenn du dich traust, komm, Digga. Oh nein. Oh nein, er macht richtig eine Ansage. Er ist, glaube ich, in meinem Haus. Ich werde ihn jetzt hops nehmen. Wo ist er? Aber das Problem ist, er hat mich gescannt. Ich habe diesen weißen Pfeil über meinem Kopf. So lange ich diesen Pfeil habe, kann ich ihn halt nicht angreifen, weil er weiß einfach, wo ich bin. Habe ich keine Chance. Ich habe nicht mal eine Pump. Er kommt, glaube ich, gerade hoch. Jaja, hier sind die Schritte von ihm. Ich bin halt komplett oben. Wie lange bleibt dieser Pfeil? Wie lange bin ich gescannt? Okay, der ist weg, der ist weg. Okay, okay. Leute, ich gehe jetzt mal hier oben gucken, weil hier oben hat der Typ getanzt. Ich höre Schritte. Ich höre Schritte, Freunde. Ich höre Schritte. Digga, schon wieder anonym. Wieder den Ausgehen. Wieder den Ausgehen. Ich kann reizen. Ich schwöre, ne? Ich habe maximal keinen Bock mehr, Digga. Digga, wahrscheinlich. Digga, du hast nur Luck, Digga. Mein komplettes Game lag die ganze Zeit. Was willst du denn von mir, Digga? Bro, warum machst du das, Digga? Das ist so ehrenlos von dir, ne? Ich schwöre. Digga, wenn er mich jetzt noch einmal streamsnapet, dann raste ich komplett aus, Digga. Und wir springen direkt nach unten und killen uns. Ähm, meine Mission ist, glaube ich, erledigt. Und das reicht nicht. Er ist noch nicht komplett ausgerastet und er streamt immer noch. Aber ihr merkt schon, wie er langsam getriggert ist und immer und immer mehr ausrastet. Und natürlich wollt auch ihr, dass ich weitermache. Und deswegen werde ich direkt weitermachen, Leute. Ich gehe jetzt in eine neue Runde. Ich gehe jetzt erstmal zur Lobby. Ich mache jetzt Blackscreen rein. Das heißt, es kann gar kein Streamsniper mehr reinkommen. Wenn da noch einer reinkommt, dann flippe ich aus. Ich schwöre, dann raste ich komplett aus. Wir sind jetzt hier in der dritten Runde, Leute. Und ihr könnt es schon sehen. Ich bin jetzt einfach auf meinem OG-Account. Okay, ich habe ja auch Loser-Dance. Ihr könnt es hier schon sehen. John Wick. Und by the way, ich habe wirklich das krasseste Internet auf der ganzen Welt. Also, ihr könnt es ja oben links bestimmt sehen. Ich habe einfach einen 317er-Ping. Schreibt mir mal gerne in den Chat, wer auch so einen guten Ping hat. Warte mal. 300er-Ping? Gut. Was hat er da gerade gesagt? Was labert der da? Und er hat sein OG-Skin ausgepackt. Er landet bei der Citadel. Digga, er hat da hinten markiert. Der hat mich hops genommen. Der hat da hinten markiert und landet schon hier. Oh mein Gott. Zum Glück habe ich es geschafft. Ich lande jetzt auch hier. Die Citadel. Okay. Granaten sind am Start. Ist es der da oben? Nein, nein, nein. Das ist jemand anderes. Das ist jemand anderes. Da schießt jemand auf mich. Leute, ich bin gerade hier einfach an Falschaden fast gestorben. Und es sieht so aus, als ob kein Stream-Sniper dabei ist. Aber ich glaube, das liegt einfach darin, weil ich Black Screen drin hatte. Und weil ich jetzt einfach der krasseste OG-Skin aus dem Spiel bin. Also, es gibt wirklich keinen krasseren. Renegade Raider ist ja auch gestern in den Shop reingekommen. Und ich gucke mal, was der Chat so sagt. Bist du Lumex dein zweiter... Digga, was habt ihr denn die ganze Zeit mit Lumex, Junge? Hört doch mal auf damit. Ich raste gleich aus, ne? Ey, Leute. Was labert er da die ganze Zeit? Hier ist sogar ein Gegner. Ey, ich bin gerade fast hops genommen worden. Wo ist er? Hier ist irgendwo ein Gegner. Da unten, da unten. Den hole ich mir jetzt. Den hole ich mir jetzt. Dieser komische Lebkuchen-Skin. Und ich habe ihn. Let's go. Der ist einfach Veggie-Burger. Digga, einfach der Veggie-Burger. Ich habe ihn hops genommen. Jetzt gönne ich mir hier noch die Hayvog. Oh, da oben fighten die. Leute, ich habe jetzt hier eben diesen Gegner geholt. Das war auf jeden Fall easy, weil ich bin halt der krasseste, ne? Und also, ich bin so froh, dass kein Stream-Sniper dabei ist. Wirklich. Ich habe es dir gezeigt, Bruder, mit dem Loser-Dance. Den habe ich jetzt, by the way, auch hier ausgerüstet. Also, wenn du mich nochmal Stream-Snapest, dann packe ich den einfach aus. Und let's go, Digga. Metz nochmal farm hier easy. Oh, er will mich triggern mit dem Loser-Dance? Sein Ernst? Er hat den Loser-Dance ausgepackt? Okay, er ist, glaube ich, hier oben irgendwo. Ich habe gerade seine Schritte gehört. Ich muss jetzt hier als Agent Fischi auf Mission sein und ihn irgendwie Stream-Snapen. Ich will ihn erstmal so ein bisschen erschrecken, Leute. Oh, ist der hier drin? Der ist, glaube ich, hier drin. Ist das er? Ja, ja. Das ist der John-Wicks-Skin. Warte mal. Der kommt hier, der kommt hier. Schnell um die Ecke. Der ist vorbeigelaufen. Der ist vorbeigelaufen. Let's go. Der geht da hoch. Der sieht mich nicht. Der sieht mich nicht. Leute, es ist gut. Ich höre keine Schritte. Wir sammeln hier Moon. Easy. Let's go. Go. Guck mal. Chat, merkt ihr einfach, sobald ich OG-Skin auspacke, Digga, haben die Stream-Snapper als Angst. Was wollt ihr denn gegen mich machen? Ihr könnt gerne herkommen, ne? Also, ihr werdet hier weggepumpt. Dies, das, Junge. Ihr kriegt 300 Leben abgezogen von 10.000 und dann seid ihr tot. Ey, ich weiß nicht, was er da redet. Er ist, glaube ich, gerade über mir. Ich chill hier unten. Da hinten war noch ein Gegner an der Seilbahn. Er ist direkt über mir. Aber, warte, was macht er da? Er ist immer noch am Looten. Ich weiß nicht. Ist er hier hinten? Ah, nein. Da sind die Schritte. Der ist über mir. Der ist über mir, glaube ich. Oh, der ist da unten. Der ist da unten. Der ist an mir vorbeigelaufen. Oh, mein Gott. Ich habe hier die beste Position. Da unten ist er, Leute. Da unten ist er. Okay, warte. Er läuft jetzt bestimmt hier nochmal vorbei. Und ich werde ihn einfach anhitten. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ich komme hier nicht raus, Leute. Ah, jetzt. Okay, okay, okay. Da unten ist er. Wo ist er? Wo ist er? Der ist über mir. Okay, über mir. Der macht da irgendwas kaputt. Und Leute, ich würde sagen, ich farm das jetzt noch kurz. Und dann haben wir erstmal genug Metz. Let's go. Schritte sehe ich bis jetzt immer noch keine. Easy Goin. Wir gehen mal hier lang. Wir haben schon ganz okaye Waffen. Aber, ja. Hä? Hä? Digga. Digga, der cheatet. Der muss cheaten, Digga. Wie hat er mich denn getroffen? Hier ist keiner. Leute, hier ist keiner. Ihr seht's. Chat, schreibt mal rein, ob ich behindert bin. Aber hier ist kein Gegner. Wer hat mich gerade angeschossen? Wer hat mich gerade angeschossen? Ähm, Mr. Agent Fischi. Auf Mission. Ihr habt das gesehen. Der beste Stream-Sniper ist am Start. Er checkt gar nichts mehr. Ähm. Warte. Der läuft einfach immer noch hier durch. Wartet, wartet, wartet. Hä? Das ist ein Gegner. Das ist ein Gegner, Digga. Ich krieg ihn nicht. Ich krieg ihn nicht. Oh nein, 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 nein. Leute, Leute, Leute. Er schießt einfach auf mich. Die 90s werden geflext. Ich hab keine Metz mehr. Ich hab keine Metz mehr. Ich muss weiter. Ich muss weiter. Ich muss weg hier. Er ist da. Er ist da. Ich seh'n. Digga, nein. Ich bin im Fallschaden. Digga. Ey. Wie kann das sein, Digga? Wie kann der schon... Digga, wie kann der Gegner schon wieder reingekommen sein, Digga? Dieser Dreck-Stream-Sniper. Das kann nicht sein. Ich hatte Black Screen drin. Oh mein Gott. Die Zone kommt, ne? Die Zone kommt, Digga. Oh, Leute. Die Zone kommt. Er ist irgendwo da unten. Da unten ist er. Er darf nicht an der Zone sterben. Jetzt bekommt er so einen Pump-Hit, Leute. Mal gucken, was er macht. Boom. Oh. Hö, 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 6HP. 6HP, Leute. Digga. Nee, Mann. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße, Digga. Ich ruf jetzt die Polizei, Digga. Immer diese 6-Gestream-Snipe. Leute, ihr seht mein Handy. Ich ruf jetzt an. 5, 6, 7. Polizeinummer. Digga. Hä? Rufe dir grad die Polizei an? 5, 6, 7? Das ist doch nicht die Nummer von der Polizei, Leute. Was labert er da? Telefoniert er gerade? Ja, äh, ich wurde gerade in Fortnite gestream-Snipe. Dreimal hintereinander. Können sie da was machen? Wie? Nee. Warum denn? Nee. Sie sind die Polizei. Natürlich können sie was dagegen machen. Also, jetzt mal ganz kurz. Ich wurde dreimal in Fortnite hintereinander gestream-Snipe. Natürlich müssen... Er legt auf. Bruder, jetzt raste ich aus, Chat. Jetzt raste ich aus. Ich hab's euch gesagt. Chat, ich beende den Stream. Ich beende jetzt den Stream. Ich hab... Ich hab keinen Bock mehr. Das war's. Ich komm nie wieder on. Ich stream nie wieder. Haut da rein. Ciao. Ähm, Leute. Hat er gerade seinen Stuhl umgeschmissen? Was kann sein Stuhl dafür? Und hat er gerade mit der Polizei geredet? Hä? Das... Hä? Hat er die Polizei wegen Fortnite angerufen? Ist er lost? Äh, Leute. Ich muss ihm, glaube ich, mal schreiben, dass ich das war. Äh, ich muss mich entschuldigen. Sonst eskaliert es gleich komplett, wenn ich ihn nochmal Streams bleiben soll. Lasst ein Like da unten, ein Abo. Ich küsse euer Herz. Euer Flakes. Ciao.